Was ist das denn? Hatten wir ja noch gar nicht. Das ist neu, aber sehr praktisch. Werden wir noch sehen. Ah, wieder herrlich. Brunhilde und ich sind auf dem Weg zu Markus Adams, Spezialist für Garten und Forst. Und wenn er das schon mal ist, dann wollen wir auch zusammen was schaffen. Ah, Markus. Moins, Sven. Mir wurde gesagt, wir wollen heute Holz machen. Ja, wurde mir auch gesagt und deswegen habe ich bei Granit Bescheid gesagt, Sie möchten mir doch bitte mal ein bisschen was einpacken, was man zum Holz machen braucht. Wir haben natürlich weitaus mehr in unserem Sattiment, auch im Katalog. Wenn ich das mal so überblicke, guck mal, Handschuhe, Helm, Safety-Klamotten, ne? Ganz wichtig. Wahnsinn, jede Menge Äxte, ne? Ja, für jede Anwendung, für jede Holzart. Oder aber, so halt, ne? So, Holz ist teuer geworden, selber machen ist wieder in. Wollen wir loslegen? Wir legen los. Sehr schön. Aber bitte vorher, Sicherheit geht vor. Jawohl. Dann gehe ich mal kurz hinter den Baum. Wir machen einen Schnitt und dann sehe ich gleich aus wie Markus. So, da haben wir es, oder? Okay, ich bin bereit. Wie geht's weiter? Ja, wir suchen uns jetzt mal einen Stamm, den wir dann mit deiner Brunilde, die soll heute auch noch ein bisschen was tun, werden wir diesen Stamm hier uns herziehen. So, guck mal, was 22 PS können. Da musst du natürlich dramatische Musik drunter legen, damit das besser wirkt. Da ist ein Riesenstamm. Schwerstarbeit in unwegsamem Gelände. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir da so haben. Ja? Sven, hier. Nimm doch das Sappi. Rückenschonendes Arbeiten. Immer dran denken. Wenn du das Stück Holz aufnimmst. Warte mal, ich schmeiß noch mal hin. Soll ich es dir zeigen? Ja. Entschuldigung. War jetzt unnütz, aber. So. Das sieht natürlich gut aus. Oh, hier. Ich habe zu doll geschlagen, du. Gleich durch den Stumpf mit durch. Ja. Ich bin ein neuer Freund von diesem Sappi, ey. Das geht ja mega. So, und der letzte. Oh, das war's. Geschafft. Haben wir es, wa? Alles sauber. So soll das. War gut. Komm, ich habe schon durchgeschwitzt. Ach, hier. Ja, der Markus, der kam da richtig ins Schwitzen. Ich war ja zum Glück nur der Handlanger. Ich war ja zum Glück.